Grüß Gott und herzlich willkommen bei den Salzburger Getreidemühlen. Seit 1977 stellen wir hier in Hallern bei Salzburg Getreidemühlen her, heute noch genauso, wie wir vor 40 Jahren begonnen haben. Traditionell und umweltbewusst verzichten wir auf künstliche Materialien und unser größter Schatz sind unsere Mahlsteine. Granitsteine, die in der Natur über Jahrtausende entstanden sind. Ich heiße Xaver und arbeite aus Überzeugung bei den Salzburger Getreidemühlen. Zum einen, weil mir die Arbeit selbst Spaß macht und zum anderen, weil ich weiß, dass ich dadurch die Tatsache unterstütze, dass mehr Menschen mehr vollwertige pflanzliche Lebensmittel wie Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte verzehren, was mir persönlich und auch als Ernährungstrainer ein großes Anliegen ist. Dieser Hintergrund macht mich zu einem begeisterten Fan von unseren qualitativ hochwertigen Mühlen. Angefangen von kleinen Mühlen für kleine Haushalte über Gewerbemühlen, die sogar in kleinen Bäckereien genutzt werden. Bei uns ist für jeden Haushalt die richtige Mühle zu finden. Wenn Sie Wert auf Unabhängigkeit legen, können Sie auch mit unseren Handmühlen jederzeit ohne Elektrizität ein gesundes und frisches Mehl mahlen. Hallo, ich heiße Ibrahim. Ich baue hier die Handmühlen. Die Handmühlen werden weltweit verschickt. Von Afrika bis Neuseeland. Überall, wo es ohne Strom auskommen muss. Und ich bin Sturz darauf. Unser Meisterstück, die MT5, begeistert unsere Kunden bereits seit über 35 Jahren. Wie auch bei unseren anderen Produkten verwenden wir hier hochwertiges, gewachstes, hartes Holz und selbstverständlich unseren natürlichen Granitmalstein ohne Bindemittel und Kunststoffe. Auch mit unserem Salzburger Flockenmeister können Sie im Handumdrehen ein vollwertiges, gesundes Frühstück zaubern. Mit den nicelfreien Edelstallwalzen und der neuen Zahnradtechnik flocken Sie unter anderem Getreidearten wie Hafer, Dinkel, Leinsamen und sogar bestimmte Gewürze mit Leichtigkeit. Hallo, ich bin Janita. Ich stehe hier vor den alten Mühlendamen, die 30 bis 40 Jahre alt sind. Sie werden hier zum Service hergebracht und repariert. Hallo, ich bin Diabranco. Ich arbeite in Salzburger Getreidemühle. Und ich tue die Mühle auswerten mit Binnenwachs, damit die schöner ausschauen und damit die glänzend sind und damit die Kunden mit dem zufrieden sind. Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig und das nicht nur beim Kauf unserer Produkte. Mit unseren Mühlen werden Sie ein Leben lang Freude haben. Außerdem bieten wir, falls nötig, Reparaturen so kostengünstig und schnell wie möglich an. Wenn Sie nicht irgendeine Mühle haben wollen, entscheiden Sie sich doch für eine langlebige, hochwertige Salzburger Mühle. Für mehr als eine Generation.